Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sturm ist drin, aber das mit der Antenne, das lehnen Sie ab. Das mit der Schüssel. Ja, wer hat das Ding denn verdreht? Und wer soll das Ding wieder richten? Also ich kann das nicht. Wie? Nie was davon gehört. Verdammt, Sie sind doch meine Versicherung. Da kann ich ihm wirklich gar nicht helfen, tut mir leid. Hallo? Ich hab hier ein Problem mit meinem Westen-Nest. Das ist die reinste Plage, das muss weg hier. Was soll ich denn bloß tun? Helfen Sie mir! Nein, das ist vertraglich nicht drin. Wie? Rohrbruch außerhalb des Grundstücks ist allein meine Sache? Ja, so sieht's aus. Ich leg auf. So, was gibt's in der Kantine heute? Oh, Schatz. Das wird uns echt nicht nochmal passieren. Nein. Witterungsniederschläge? Die Sonne trocknet doch auch. Leckwartungskosten? Suchen Sie einen Rohrbruch doch selber. Nein. Wer versichert denn schon grobe Fahrlässigkeit? Ja? Oh Mann, dann läuft ja einiges schief. Diese Versicherer. Immer nur am Ablehnen. Warte mal. Diese Fälle passen doch wunderbar an das Expertenforum. Ja, ich steck grad in der Vorbereitung fürs Forum. Hast du noch was? Differenzdeckung. Sehr gut. Mir sind da auch noch zwei Sachen eingefallen. Leistungsgarantie, Fahrlässigkeit. Hast du noch was auf deiner Liste? Damit hab ich alles, was ich fürs Forum brauche. Dann mal los. Ich habe in letzter Zeit einiges erlebt, was die Versicherer in kein gutes Licht setzt. Es geht um Menschen. Die sollen sich in ihren Häusern wohl und sicher fühlen, anstatt sich über die Versicherung zu ärgern. Ich bin heute hier, um dem ein Ende zu setzen. Schauen Sie mal hier. Wir haben richtig tolle Ergebnisse erzielt. Ja, was waren so die wichtigsten Punkte für die Leute? Also die Ableitungsruhe, das ist immer noch ein ganz großes Thema. Sag ich mir. Ja, dann müssen wir aber was machen. Richtige Leute fragen und loslegen. Rufen Sie bitte mal das Produktmanagement-Team zusammen. Sehr gerne. Großartig. Großartig. Mit diesem Produkt werden wir den Markt verändern. Vielen Dank dafür. Unglaublich. Das ging ja schnell. Dieser Tag ist ganz nach meinem Geschmack. Sehr sogar. Ja, die bestmögliche Absicherung fürs Einfamilienhaus. Genau. Unsere Kunden verdienen einfach mehr. Okay. Stop. Jetzt wirka. Tschüss. José SGH cheftee los some more. Ciao.